So an sich, da kann ich irgendeinen... Was meint die mit starke Erschütterung, wenn ich das mal so kurz fragen darf? Aber egal. Ja, wie gesagt, in jedem Let's Play, was ich irgendwo, oder Video, was ich aufnehme, da kommt immer irgendeiner. Und dann geht das ungefähr so los mit, ja, entweder kommt jemand durchs Zimmer oder jemand ruft an. Und jetzt hat jemand angerufen, war mein Bruder. Sehr schön, ja. Super Timing, also ist wirklich... Geh doch mal jetzt hier weg. Wunderbar.